Das Finale von My Mom, Your Dad. Und bekommen wir eventuell noch ein Überraschungspaar? Könntest du mich schon glücklich machen. Du weißt schon, dass man dich hier hört, ne? Hättest du nochmal gerne ein Date mit mir? Klar. Ja, ne? Und außerdem gibt es auch bei Anja in der finalen Folge endlich auch eine komplett finale Entscheidung. Als Freunde oder mehr? Als Freunde. Als Freunde, ja. Ja. Gibt es jemand anderen, den du hier interessant findest? Ja, gibt es. Der Ulf. Der Ulf? Ja. Und damit herzlich willkommen hier zur achten und letzten Folge von My Mom, Your Dad. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Projekt gefallen hat und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr dieser letzten Folge ganz viel Liebe, Daumen nach oben, Kommentare und Aufmerksamkeit schenken würdet. Wenn ihr die ganze Folge nochmal sehen wollt, mit den ganzen Rückblicken, mit den ganzen Highlights und so weiter, dann kann ich euch natürlich auch nur den Link in der Videobeschreibung empfehlen. Und dann fängt die finale Folge auch damit an, dass es eben zu Ende geht. Doch auch am letzten Tag haben Anja und Ulf die Zeit genutzt, um noch ein bisschen mehr voneinander zu erfahren. Was trinkst du morgens zu Hause? Cola Zero? Das muss aufhören. Süßstoff. Also umfiel ist es nur auch nicht. Chemie ist das. Was ist nicht in vielen Sachen drin? Ja. Das isst du dann auch nicht mehr. Und auch wenn man das immer so ein bisschen komisch fand, dass die Anja von dem Kalle auf den Ulf gewechselt hat, man merkt trotzdem einfach, dass die beiden richtig gute Verbindungen miteinander haben. Du musst mir am Essens planen. Wir gehen ja nur noch zusammen einkaufen. So Händchen halten. Ich mag das. Ja? Ja. Ich mag das auch. Das ist kein Erscherz gewesen. Wirklich. Und auch wenn es um das Thema Knutschen geht, sind sie einer Meinung. Und ich hoffe wirklich, dass sie trotzdem noch, falls es am Ende vielleicht doch was werden sollte, ein bisschen Zeit zum Atmen finden. Ich mag das einfach, wenn man gemeinsam einkauft. Ja. Ich will ja auch viel küssen. Ich finde auch Küssen toll. Das muss auch mal 10 Minuten ohne Luft holen gehen. Ja. Richtig. Ja. Und auch wenn viele das vielleicht schade finden, dass Kalle am Ende nur in der Friendzone gelandet ist, das Ganze mit Anja und Ulf sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich finde sie sehr hübsch. Hat sehr hübsche Augen. Er ist ein attraktiver Mensch und ist ja auch super lieb. Und er scheint ja auch nicht eingefahren zu sein mit seinen Dingen und würde sich ja anscheinend auch auf eine Frau einstellen. Und auch wenn die beiden noch keine richtig klaren Bekenntnisse abgegeben haben, das Gefühl zwischen den beiden, das ist auch schon auf der richtigen Ebene. Ich weiß ja nicht, wie Ulf dazu steht, ne? Also ganz genau sagt er es ja noch nicht, aber ich habe wirklich den Eindruck, das könnte ernster werden, ja. Ja, ich habe Interesse daran, Anja weiter und besser kennenzulernen. Aber nicht nur für die Eltern ist es der letzte Tag, auch für die Kinder ist es eben der letzte Tag und auch da stehen alle Zeichen natürlich auf Abschied. Im Prinzip ist es, glaube ich, für uns alle hier eine aufregende Zeit gewesen. Wir nehmen viel mit und werden das, glaube ich, auch in Erinnerung behalten alles. Und das fällt den einen natürlich ein bisschen schwerer als den anderen. Einig sind sie sich aber alle. Das war eine wirklich richtig tolle Zeit. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wir so gut harmonieren alle zusammen. Ja, safe, safe. Und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich glaube, das macht auch einfach extrem viel Spaß, an so einem schönen Ort zu sein, dann irgendwie noch mit Menschen, mit denen man richtig gut auskommt. Dazu bekommt man ja auch irgendwie alles gestellt. Man muss sich einkaufen gehen, man hat alles da. Man hat einen Pool, man hat schönes Wetter. Ja, das ist wahrscheinlich so richtig auch so ein bisschen Urlaub, Klassenfahrt-Feeling und das macht doch eigentlich auch immer Spaß. Aber auch die Eltern wollen natürlich noch ein bisschen Spaß haben und da gibt es eine letzte Party. Liebe Eltern, Abkühlung gefällig? Ja. Macht euch bereit für eine Poolparty unter der griechischen Sonne. Lasst es krachen, denn so jung kommen wir alle nicht mehr zusammen. Und das ist, denke ich, auch ein wirklich guter Abschluss gewesen. Vor allen Dingen ist eine Poolparty ja auch noch mal ein bisschen freizügiger und eventuell kommt man da auch noch mal ein bisschen anders in Berührung. So eine Poolparty bricht natürlich auch noch mal so ein Eis, ne? Man springt ins Wasser und dann trifft man sich Haut an Haut. Es gibt natürlich auch noch mal ein ganz anderes Gefühl. Und dann kann man ja auch schön zusammen auf diesen Luftmatratzen oder auf den Einhörnern oder Wassermelonen liegen. Und diese Zeit haben zwei Personen dann wirklich auch ganz, 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 ganz intensiv benutzt. Besonders Ulf und Anja nutzen die Gelegenheit zum Flirt-Endspurt. Normalerweise hätte ich jetzt mit Bildern gerechnet von Carsten und Alexandra. Aber bei denen hat man nicht so das ganz krasse Gefühl, dass es so richtig am Prickeln ist. Bei wem es aber vielleicht doch auch ein bisschen am Prickeln ist, das ist der Dennis und die Tanja. Könntest du mich schon glücklich machen? Du weißt schon, dass man dich hier hört, ne? Hättest du noch mal gerne ein Date mit mir? Klar. Ja, ne? Fandest du ausgezeichnet, ne? Ich bin auch der Meinung, wir sollten echt an Versicherpeien rausgehen. Ich bin traurig. Aber bei den beiden ist halt auch das Problem, dass man nie zu 100% weiß, was meinen die jetzt wirklich ernst? Was meinen die eventuell auch nur zum Spaß und so richtig, wirklich, intensiv, ehrlich? Da hat der letzte Schritt dann doch ein bisschen gefehlt. Hast du mich am Arm streichen? Nein. Okay. Ich habe ja noch Fragen geholt. Nein. Du hast schon eine minimale Chance, mich zu erobern. Du musst schon ernst machen. Aber das Finale ist natürlich auch dafür da, dass die Kinder noch einmal, ein letztes Mal, Einfluss nehmen können. Und wir haben in der Villa ja noch vier Männer und vier Frauen. Und deswegen durften die Kinder bestimmen, wer jetzt das Abschlussdate miteinander verbringen darf. Am ersten Tisch nimmt bitte Anja und Kalle Platz. Obwohl auch Ulf neuerdings mit Anja flirtet, glauben die Kinder weiterhin, dass Kalle am besten zu ihr passt. Und an der Stelle hätte man jetzt natürlich auch Anja und den Ulf hinsetzen können. Denn bei den beiden ist es ja schon so ein bisschen am Prickeln. Auf der anderen Seite sind Anja und Kalle aber trotzdem auch richtig gute Freunde geworden. Was man ja dann auch nicht irgendwie negativ sehen muss. Und so konnten die beiden dieses ganze Abenteuer dann nochmal Revue passieren lassen. Kalle ist einfach, der ist top. Also das ist ein super toller, feiner Kerl. Wirklich. Was hat dir denn am besten gefallen? Du? Ich? Ja, klar. Oh Mann, bist du süß? Nein. Und man hat immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass es vielleicht irgendwie in einer anderen Welt zwischen den beiden doch hätte passen können. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Und auch wenn Kalle immer so ein bisschen das Gefühl mitschwingen lässt, dass er doch schon mehr wollte, scheint es am Ende für ihn auch in Ordnung zu sein. Aber dazu kommen wir dann später. Das zweite Date, das waren Tanja und Dennis. Das passt natürlich total super von der humorvollen Seite. Wir haben immer mega, mega, mega viel Spaß. Ja, das passt ja. Das Location, das Wetter. Oh ja. Und zwei hübsche Menschen. Du sagst das immer so schön. Das dritte Date, das war dann so ein bisschen die Resterampe, wenn man so möchte. Das klingt jetzt natürlich schon sehr, sehr böse. Aber wir haben zum einen den Ulf, der ja eigentlich die Anja will, aber jetzt halt nicht bei der Anja sein kann. Und dann haben wir die Andrea. Und bei ihr ist ja das Problem, sie hat mit keinem Mann so ein richtig inniges Verhältnis schaffen können. Sie hatte ja durchaus so einen leichten Flirt mit dem Steffen, aber der musste dann ja leider die Villa verlassen. Mein Vater hätte ich jetzt gern nochmal mit Andrea auf dem Bild gesehen. Dann könnten sie sich vielleicht noch ein bisschen näher unterhalten. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr miteinander quatschen und sich ein bisschen näher kommen. Ulf, ich finde das so schön, dass wir jetzt doch nochmal eine Gelegenheit haben. Aber das mit dem Näherkommen ist natürlich nicht passiert. Nichtsdestotrotz konnten die beiden natürlich auch die Zeit miteinander genießen. Und dann haben wir natürlich noch das allerletzte Date, von dem man sich wahrscheinlich am allermeisten irgendwie verspricht. Und das ist eben der Carsten und die Alexandra. Aber bei denen, ja, so einen Kuss gibt es da auf jeden Fall nicht mehr. Mit Carsten ist es immer einfacher, ein Date zu haben. Das war ein absoluter Magic Moment dort. Wunderschön. Und auch wenn Alexandra das so erzählt, mir fehlt da wirklich die letzte Überzeugung. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehe ich bei den beiden einfach nicht, dass es wirklich ernst wird. Aber nichtsdestotrotz hatten natürlich alle richtig viel Spaß. Und auch Tanja und Dennis, die sind schon ein bisschen traurig, glaube ich, dass das ganze Experiment vorbeigegangen ist. Ja, wenn wir die Villa verlassen werden, morgen... Wir werden auf jeden Fall Kontakt halten. Ja, das definitiv. Ja, und dann auch gerne mit Kindern mal. Wollte ich gerade sagen. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob es bei den beiden dann noch für mehr reicht oder ob es am Ende auch einfach eine gute Freundschaft ist. Genauso wie bei Kalle und Anja, die aber auch die Zeit wirklich richtig gut miteinander genießen. Das waren echt schöne Abende. Also das werde ich vermissen. Zusammen mit dir, Kalle. Was gibt's Schöneres? Schön, dass du das so siehst. Gittu. Ne? Ehrlich. Toller Abschluss, finde ich, das für unsere gemeinsame Reise, die wir gemacht haben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde den Kalle sehr, sehr sympathisch, aber ich finde auch die Anja eine super Frau, die ist so unterhaltsam, die redet viel, mit der kann man bestimmt sehr viel Spaß haben. Und die Anja ist auch eine emotionale Frau und dieses ganze Thema Abschied, das ist ihr dann doch richtig nahe gegangen. Und heul dich gleich. Ich muss gleich heulen. Oh mein Gott. Ich muss echt heulen, kein Scheiß. Bei Alexandra und Carsten ist es tatsächlich jetzt so, dass die Alexandra von sich aus mal darüber redet, dass sie sich im Nachhinein dann doch miteinander auch auseinandersetzen werden. Auch wenn es sich wieder nicht so unfassbar euphorisch anhört. Und dann dürfen wir mal gespannt sein, wie das mit uns dann eventuell noch weitergeht. Du bist ja eine tolle Frau. Oh, du bist auch ein toller Typ. Und ich will dich ja wiedersehen. Oh, das machen wir auch. Und ich weiß nicht, das ist natürlich auch ein bisschen Alexandras Art und ich will da auch nicht zu viel reininterpretieren und sie ist auch vollkommen okay, so wie sie ist. Aber sie hätte auch einfach sagen können, ich will dich auch wiedersehen. Und nicht, ja, das machen wir dann. Aber irgendwie ist bei Alexandra immer so ein bisschen auch diese zurückhaltende Art sehr, sehr stark. Und das Ende bleibt auf jeden Fall dran. Aber das kann ich euch jetzt schon mal sagen, das ist wirklich nicht sehr befriedigend. Weiter ging es dann allerdings nach diesen Dates trotzdem noch in der Villa ein letzter Abend. Und dieser letzte Abend, der wurde dann nochmal mit ein bisschen Karaoke gefeiert. We are some guys from school. Oh, Dennis hat aber Spaß. Ich weiß gar nicht, wo hinkucken. Ja, das war wirklich super, Dennis. Also der Dennis macht auf jeden Fall sehr gute Stimmung. Die anderen waren noch ein bisschen zurückhaltend. Aber die Stimmung ist auch ein bisschen aufgelockert mit der Zeit. Oh, honey, when I look in my door. Was ist denn mit Carsten los? Jetzt habe ich den auch noch nie gesehen. Ja, was ist denn mit Carsten los? Das ist an der Stelle auf jeden Fall eine sehr lustige Frage. Hat mich auf jeden Fall gut amüsiert. Und dann war aber auch der Karaoke-Abend vorbei und dann sind wir wirklich schon am letzten, am quasi Abreisetag. Und da haben die Eltern nochmal eine kleine Überraschung bekommen. Jedes Kind hat quasi eine Videobotschaft gemacht und in dieser Videobotschaft gab es dann nochmal liebe Worte von dem Kind an die Eltern. Ich habe euch jetzt mal die Szene von Andrea rausgeschnitten, weil das war schon durchaus die emotionalste, würde ich sagen. Und Andrea hat ja auch nicht ganz so viel Spotlight bekommen. Deswegen, diese Worte, die gehen wirklich ans Herz. Ich bin dankbar, was meine Mutter aus mir gemacht hat. Was ich meiner Mutter immer schon mal sagen wollte, ist, dass ich unglaublich dankbar dafür bin, dass sie immer auf meiner Seite steht. Egal was ist, sie ist immer auf meiner Seite und unterstützt mich bei allem. Oh Gott. Schön. Ja, sehr schön. Und als ich das geschnitten habe, da musste ich mir natürlich auch die Tränen ein bisschen zurückkneifen. Denn bei dem ganzen Thema Mama muss ich natürlich auch immer an meine eigene denken und dann werde ich immer sehr emotional, weil ich sie natürlich auch über alles liebe. Und dann wurden die Eltern auch endlich aus der Villa abgeholt und wurden zu der Villa zu den Kindern gebracht. Und da gab es dann das große Aufeinandertreffen. Und hinter dieser Tür standen unsere Kinder. Das war, also ich war geflasht oder ich bin immer noch geflasht. Und das Aufeinandertreffen war natürlich wunderschön für alle Beteiligten. Sie haben sich alle sehr gefreut. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch dann erfahren, dass sie die ganze Zeit beobachtet worden sind. Und das war wiederum schon, ja, für den einen oder anderen auch eine kleine Überraschung. Wir waren alle hier die ganze Zeit und haben alles gesehen. Wir waren die Experten. Zu wissen, dass die Kinder unsere Dating-Experten waren, weil wir haben immer gedacht, wer ist denn das? Wer entscheidet das denn? Oh Gott, was für Experten! Da musste der ein oder andere dann vielleicht auch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob er vielleicht was Peinliches gemacht hat. Aber seien wir ganz ehrlich, das konnte man sich alles richtig gut angucken. Da muss sich wirklich jetzt niemand groß schämen. Und ich denke, für alle Beteiligten war das am Ende des Tages auch einfach eine richtig schöne Zeit. Ja, dass Ari mich die ganze Zeit natürlich beobachtet hat oder die Kinder allgemein uns die ganze Zeit beobachtet haben, das ist natürlich jetzt echt krass. Da hat natürlich gar keiner von uns mit gerechnet. Ich habe gedacht, ich muss jetzt alles berichten und erzählen, was so passiert ist. Und deswegen waren auch alle Beteiligten froh und glücklich und alle Beteiligten waren auch wirklich froh über die Erfahrungen, die sie machen durften. Im Großen und Ganzen war das eine mega geile Zeit, die uns für immer in Erinnerung bleibt. Ja, ich sehe es genauso. Also ich würde das immer wieder machen. Ich habe hier keine Sekunde geheult, also wirklich keine einzige. Und dann kommen wir noch mal zu einem letzten Gespräch. Wir hatten ja schon das letzte Date, aber dann gab es noch mal so eine Aussprache mit den Kindern, mit den Eltern und mit Amira Pocher. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war auch alles wieder ein bisschen in die Länge gezogen. So ein paar Dinge wurden auch fünfmal gesagt und es war manchmal ein bisschen, man hätte es eventuell ein bisschen kürzer und kompakter oder eventuell doch mit ein bisschen anderen, spannenderen Inhalten füllen müssen. Aber nichtsdestotrotz war die letzte Folge natürlich auch ganz schön. Und eine Frage, die beschäftigt mich natürlich auch extrem. Werden sich Alexandra und Carsten wiedersehen? Werdet ihr euch draußen wiedersehen? Mein Bestreben ist es, dass wir es machen. Das ist jetzt für mich kein Problem, die Entfernung. Also von daher gerne. Ja, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall treffen werden. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde mich schon freuen, auch wenn ihr beide dann einfach mal zu uns kommen würdet. Und dann können wir das auch alles noch mal Revue passieren lassen. Und ich sage euch ganz ehrlich, natürlich, die kennen sich jetzt auch erst seit ein paar Tagen. Aber die mögen sich, die sind wirklich sehr nah miteinander gewesen. Aber trotzdem spürt man das nicht so hundertprozentig. Und das finde ich schon alles in allem ein bisschen komisch. Und ich bin wirklich, also ob das wirklich am Ende was geworden ist, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall gehe ich hier mit einem Freund nach Hause. Auch hier haben die Kinder sich wieder dazu entschieden, dass sie Anja und Kalle zusammensetzen. Und hier wurde dann auch ganz klipp und klar die Frage gestellt, ist Kalle jetzt in der Friendzone oder gibt es da eventuell doch noch ein bisschen Hoffnung? Aber die Antwort, die war eindeutig und klipp und klar. Als Freunde oder mehr? Als Freunde. Als Freunde, ja. Gibt es jemand anderen, den du hier interessant findest? Ja, gibt es. Der Ulf. Der Ulf? Viele haben sich auch immer ein bisschen darüber lustig gemacht, weil die Anja ja auch gesagt hat, dass es vor allen Dingen auch wegen der Entfernung einfach ein bisschen besser ist. Aber auch jetzt am Ende sagt die Anja uns auch nochmal relativ deutlich, dass es nicht nur die Entfernung ist, weswegen der Ulf durchaus ein Favorit ist. Auch ihr Körper sendet eventuell die ein oder andere Nachricht, dass sie das Ganze ganz gut findet. Und da signalisiert mir mein Körper auf jeden Fall was anderes als beim Kalle. Ist leider so. Also nimmst du das Gefühl für Ulf mit, wenn du nach draußen gehst? Ja. Und die letzte Frage bleibt natürlich auch noch bestehen. Lieber Dennis und liebe Tanja, wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr euch draußen wiedersehen? Nein, also wir werden bestimmt in Kontakt bleiben, weil es echt witzig war. Aber, ähm, ja. Verlieben geht nun mal nicht so von heute auf morgen. Und ja. Ja, das war uns auch von vornherein klar. Ja, haben wir auch gesagt. Das waren auf jeden Fall sehr eindeutige Worte und das kann man natürlich auch verstehen. Zwischen den beiden ist jetzt erstmal nicht die große Liebe entfacht. Das hat man ja auch die ganze Zeit gespürt. Trotzdem werden die beiden sich wiedersehen. Das ist doch schon mal ein Anfang, auf den man aufbauen kann. Und dann gab es tatsächlich das allerletzte, alle stehen zusammen. Amira Porra hat dann auch noch eine Abschiedsrede gehalten. Die war auch nicht ganz so mega interessant. Die war auch wieder eher so ein bisschen langweilig. Und ich kann vollkommen verstehen, dass das für Amira Porra und die Kandidaten in dem Moment natürlich schon eine sehr emotionale Situation ist. Und dass die sich alle sehr freuen und das vielleicht auch fühlen. Aber es ist nicht so richtig zum Zuschauer rübergekommen, weil die Amira auch wieder sehr viel vorgeschriebenes Blabla erzählt hat. Ein einziges Highlight gab es dann aber noch. Der Ulf hatte dann tatsächlich für jede Frau noch ein kleines Geschenk. Und er hatte aber noch ein größeres Geschenk mit dabei. Ein ganz besonderes Geschenk, was er der Frau schenken wollte, die sein Herz erobert. Und diese Frau hat er dann auch wirklich gefunden. Sehr hübsch bist du natürlich auch. Danke. Bitte. Und das würde mich freuen, wenn ich ein bisschen länger und ein bisschen tiefer mal in deine Hübschen Augen gucken kann. Ohne Kameras. Danke. Und das war jetzt auf jeden Fall auch eine sehr direkte und wirklich ganz klare Ansage. Auch wenn es viele ein bisschen komisch fanden mit Anja und Ulf. Zwischen den beiden scheint sich wirklich was entwickelt zu haben. Ja. Wolltet ihr nochmal extra was übergeben? Das ist toll, danke schön. Und damit war das ganze Projekt dann wirklich zu Ende. Und natürlich war das ein schöner Moment. Und das waren die letzten Eindrücke. Der Abschied war nicht nur gelungen, sondern das war wirklich einmalig. Es gibt nichts Besseres, als dann so eine Krönung zu erleben mit den Kindern, mit Amira. Ja, das war einfach königlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und damit ist dann die Zeit in der Villa von My Mom, Your Dad wirklich endgültig vorbei. Aber eine Kleinigkeit gab es noch. Es gab nämlich noch einen kurzen Zusammenschnitt, was dann so nach der Sendung in Deutschland passiert ist. Und die war wirklich sehr, sehr interessant. Ihr glaubt nicht, wer von meiner Tür steht. Hier. Wuhuuu, Kalle. Na, Mensch, passiert. Die Clique um Anja, Tanja und Gudrun trifft sich regelmäßig und fast alle kommen. Alle versuchen, das Greta-Feeling mit in den Alltag zu nehmen. Und auf den Bildern hat man einige interessante Sachen gesehen. Also tatsächlich, Kalle und Anja sind auch nach dem Projekt immer noch befreundet. Und das ist wirklich wunderschön. Außerdem treffen sich viele von denen auch noch miteinander. Der Dennis ist da, die Anja, die Tanja, die Gudrun. Da ist auch der Sohn vom Carsten. Und auch auf dem letzten Bild hat man den Carsten kurz gesehen. Also der Kontakt ist auf jeden Fall aufrechterhalten worden. Was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall gute Freundschaften, was das angeht. Aber was man auch gesehen hat, ist, nirgendwo gab es irgendetwas von Carsten und Alexandra. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das einfach nicht mit in die Sendung geschnitten wurde oder so. Aber ob es jetzt zwischen den beiden geklappt hat, wage ich mal zu bezweifeln, wenn es nicht mit irgendwie erzählt wurde. Also ich würde es Ihnen natürlich von Herzen wünschen. Man muss aber auch verstehen, dass die Frage danach natürlich sehr groß ist. Und wenn man jetzt gar keine Info dazu bekommt, dann geht man natürlich erstmal davon aus, dass es anscheinend doch nicht geklappt hat. Und dann haben wir zum allerletzten Abschluss noch eine sehr positive Nachricht. Denn so wie scheint, gibt es wirklich ein Pärchen. Und den wünschen wir natürlich von ganzem Herzen ganz, ganz viel Glück. Das tollste Erlebnis war es für Anja und Ulf, denn die basteln bereits an ihrer gemeinsamen Zukunft. Wir bauen Blumenkästen dieses Wochenende. Richtig schöne. Der Ulf ist hier fleißig. Habt ihr ja ein Foto geschickt. Hallo, grüß dich. Ja und das ist natürlich auch lustig, ne. Die beiden, wo alle so ein bisschen, ja, gar nicht wussten, warum kommen die jetzt irgendwie zusammen oder warum flirten die jetzt. Die beiden sind am Ende wirklich ein Paar geworden. Und wenn das am Ende dann wirklich eine glückliche Beziehung für die beiden ist, dann sage ich euch auch ganz ehrlich, dann hat Anja natürlich alles richtig gemacht und ist ihr im Herzen gefolgt. Und deswegen wünschen wir den beiden natürlich auch von der ganzen Cornel Community alles, alles Liebe. Lasst auf jeden Fall gerne Kommentare da, eure Eindrücke. Ich freue mich, euch zu lesen. Viele Grüße gehen raus an alle Teilnehmer. Ein paar von euch gucken hier ja sogar zu. Ich hoffe, ich war nicht zu böse an der einen oder anderen Stelle. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, eventuell im nächsten Video. Tschüss.